Guten Tag, meine Damen und Herren, ich heiße Pierre de Parisien. Ich bin hier noch ein Tissereinemann. Ich brauche nicht, ich brauche nicht, ich brauche nicht. Mein Name ist Pierre de Parisien, ich komme aus Paris, da kommen wir noch dazu. Und Sie wissen ja, Paris ist die Stadt, da fließen die Sälen, wir haben den Tour de Fels, und wir haben natürlich auch die Stadt der Künste, der Küche und die Stadt der Liebe. Wo kam das jetzt so schnell her? Und da wo ich komme her, bin ich nicht nur eine berühmte, sondern ich bin noch eine berüchtigte Künstler, weil ich nehme jeden dran. Aber ich mache nicht mehr mit zu machen. Bitte geben Kommando, jetzt. Sehr schön, ich darf präsentieren, der Schirmherr lässt einen springen. Dankeschön, das war's. Nein, ich darf nicht gehen. Ich darf nicht darauf achtern, wir werden das Schirmherr. Ich darf nicht mehr mit dem Schirmherr. Untertitelung des ZDF, 2020